Hallo Leute. Photovoltaik und Wärmepumpe. Das wird oft in einem Atemzug genannt und gilt als ideale Kombi. Klingt ja auch erstmal gut. Ich hole Strom vom Dach, brauche den für meine Heizung und bin autark. Ein tolles Wort. Aber darüber müssen wir reden. Ist das wirklich so oder ist das ein reines Marketingversprechen? Ich möchte meine Erfahrungen zu dem Thema mit euch teilen. Wir schauen uns zunächst mal an, was die technischen Voraussetzungen dafür sind. Ich zeige euch, wie ihr den Anteil an PV-Strom für eure Wärmepumpe deutlich erhöhen könnt. Und ich habe euch ganz konkret ein paar Temperatur- und Energiekurven mitgebracht. Und da zeige ich euch ganz konkret, warum es mit der PV-Nutzung für die Heizung nicht ganz so gut geklappt hat, aber auf der anderen Seite wir für ein bis zwei Tage warm Wasser vorproduziert haben, ohne eine einzige Kilowattstunde extern kaufen zu müssen. Los geht's! Hier habe ich jetzt zum Beispiel mal einen Marketingtext von der Wolf-Website. So können Sie den elektrischen Energieaufwand der Wärmepumpe über Ihre hauseigene PV decken. Ja, Decken, das klingt schon ziemlich krass an der Stelle, aber wirklich konkrete Zahlen fehlen da. Dann steht da weiter, mit einem Stromspeicher können Sie den selbstgenutzten Anteil an PV-Strom weiter erhöhen. Okay, weiter erhöhen sagt jetzt ja schon mal, dass dieses Decken vorher halt nicht 100% Decken gewesen sein kann, sonst könnte ich es ja nicht weiter erhöhen. Denn eigentlich ist ja schon beim ersten Überlegen zu dem Thema ganz offensichtlich, dass ich nie über das gesamte Jahr gesehen meinen gesamten Wärmepumpenstrombedarf über meine eigene PV-Anlage decken kann. Aber wie groß ist denn wohl dieser Eigenanteil? Hier auf der Wolf-Website ist ja sogar von maximaler Autarkie die Rede. Viele von euch sind da eher skeptisch. Ich habe aus meinen vergangenen Videos mal hier ein paar Kommentare. PV ist auch bei Wärmepumpe keine Hilfe, schreibt Uwe Derjuh hier. Wolfgang Ott schreibt, aber der Ertrag der PV-Anlage von November bis März ist lausig. Chris Heng schreibt, PV bringt nur was im Sommer und wer braucht da Heizung und so weiter. Also viele von euch sind da etwas kritischer, was diese Versprechen betrifft. So, dass ich jetzt im tiefen Winter zu meinem Strombedarf für die Wärmepumpe keinen nennenswerten Beitrag von meiner PV-Anlage bringen kann, das bedarf eigentlich keiner näheren Erläuterung hier und ist auch aus meiner Sicht kein Argument gegen eine Wärmepumpe. Das ist das viel zitierte Tal der Tränen und da werde ich immer auf Energie vom Netzversorger angewiesen sein. Viel interessanter sind die anderen Zeiträume, die Übergangszeiten, also Frühling und Herbst und natürlich der Sommer. Natürlich brauche ich im Sommer keine sonderliche Heizung, aber ich brauche trotzdem warmes Wasser. Und da wird das jetzt interessant, weil da müssen wir uns auch zwei Punkte eben anschauen. Denn auch im Sommer kommt der Strom zu anderen Zeiten, als ich die Energie brauche und zum anderen kann sich dieser Strom von einer Sekunde auf die andere ändern und das ist eine Fluktuation, bei der die Wärmepumpe eben nicht mithalten kann. Und deshalb gucken wir uns da jetzt mal ein paar technische Voraussetzungen an. Also natürlich nur eben der Vollständigkeit halber gesagt, ich brauche natürlich eine Wärmepumpe. Hier bei uns ist das die Wolf CH-A10, eine Monoblock-Anlage, hier bei uns unterwegs im monovalenten Betrieb, 10 Kilowatt sekundäre Heizleistung und wird bei uns betrieben hier über Heizkörper, also nicht über eine Fußbodenheizung. Und halt eine PV-Anlage, bei uns eine Solar Edge-Anlage mit 6,5 Kilowatt-Peak in Ost-West-Ausrichtung oben auf dem Dach. So eigentlich erwähnen wollte ich aber den hier, und zwar unseren 750 Liter Pufferspeicher. Der hier ist von Boderos, Modell PRZ 750.6 EWC. Der hat PO-Hartschaumschalen außenrum, die also für die Wärmedämmung sorgen, 120 Millimeter dick und dadurch erreicht der eine ERP-Energieeffizienz-Klasse B. Generell ist es aber schon eher so, dass Pufferspeicher auch von euch in der Community eher kritisch gesehen werden. Roland Kirsch zum Beispiel schrieb, Pufferspeicher und Frischwasserstationen sind Anlagenbauteile, die man bei einer Wärmepumpe nicht verwenden sollte. Oder FZ schrieb, für was dieser Riesenspeicher die Wärmepumpe moduliert doch. Oder Marius hat geschrieben, ein Pufferspeicher ist immer nur die Standardauslegung aus der Schublade, die in jedem Haus funktioniert, aber immer Effizienz kostet. So die ganze Diskussion für oder wie der Pufferspeicher wäre sicherlich ein eigenes Video nochmal wert. Ich habe schon mal ein paar Argumente zusammengestellt, und zwar auch in einem Planungsvideo, das verlinke ich oben gerade mal eben. So, natürlich hat so ein Pufferspeicher auch trotz aller Dämmung seine Verluste. Schauen wir uns das jetzt mal wirklich konkret in Zahlen an. Ich habe euch hier eine Grafik mitgebracht, die ich in Home Assistant generiert habe, weil so wirklich die Messwerte über die Zeit aufgezeichnet und dann entsprechend abgebildet wurden. Hier seht ihr jetzt also die Temperatur im Pufferspeicher über 24 Stunden mal aufgezeichnet. Und das ist jetzt ein Zeitraum, wo wir 24 Stunden lang kein warmes Wasser gebraucht haben. Boah, sind wir Schweine! Also perfekt, um jetzt mal wirklich die Verluste sich anzuschauen. Hier um 12.34 Uhr wurde das Warmwasser aufgeheizt. Auf 45,7 Grad sind das hier oben. Und dann fiel die Temperatur halt natürlich durch die Verluste im Laufe des Tages ab. Hier gab es einen ganz kleinen Verbrauch. Bis hier 11.40 Uhr am nächsten Tag, da betrug die Temperatur 40,7 Grad. So, bedeutet also, der Temperaturverlust über 24 Stunden betrug jetzt hier genau 5 Grad Kelvin. Ob das viel oder wenig ist, das muss jeder für sich selber bewerten. Ich persönlich finde das okay. Ich halte das für einen sehr guten Wert, also für einen sehr geringen Wärmeverlust. Kleiner Einwurf am Rande, weil ich weiß, dass es in den Kommentaren sehr häufig kommt. Diese niedrige Temperatur für das Warmwasser ist kein Problem bezüglich der Legionellen, weil wir hier nicht direkt dieses Wasser verwenden, sondern mit einer Frischwasserstation arbeiten. Ich habe das in einem separaten Video mal genau erklärt. Klickt mal oben gerne auf das i, wenn euch das interessiert. So, durch diesen Pufferspeicher ist jetzt eben meine Energieerzeugung und meine Energienutzung voneinander entkoppelt. So, also sprich in der Jahreszeit, in der halt generell PV-Strom verfügbar ist, also im Frühling, im Sommer und im Herbst, weiß ich, dass dieser halt üblicherweise in der Mittagszeit am größten ist. Das ist also eine gute Idee, das Zeitprogramm fürs Warmwasser so zu legen, dass das halt vor allem in der Mittagszeit aktiv ist. Ich blende es euch jetzt hier gerade mal ein. Bei uns ist es so eingestellt, dass zwischen 12 und 18 Uhr die Warmwasserproduktion aktiv ist, dass also nur in diesem Zeitfenster die Solltemperatur vom Warmwasser angefahren wird. Und in der Zeit dazwischen wird halt eben rein das Wasser aus dem Pufferspeicher gezogen. So, schauen wir uns das jetzt mal konkret an. Also die Warmwassernutzung in Kombination mit diesem Zeitprogramm. Man sieht die Duschennutzung hier ganz gut. Das ist einmal hier morgens. Ein erstes Duschen um 6.02 Uhr. Da geht die Temperatur runter auf 40,3 Grad hier. Und dann läuft nochmal die Dusche. Und zwar ist das hier um 7.06 Uhr. Da wird ein zweites Mal geduscht und die Temperatur fällt hier im Pufferspeicher ab auf 37,2 Grad. Das ist sicherlich schon unteres Limit. Also diese 37,2 halten sich hier über den Vormittag. Gibt dann natürlich auch nochmal kleine Verluste hier. Das reicht jetzt vielleicht noch zum Händewaschen. Aber für nochmal Duschen würde es jetzt sicherlich nicht reichen. Aber es ist kein Problem, weil hier um 12 Uhr kommt dann ja wieder die Aufheizung. Und wir gehen halt hier wieder hoch über die 45 Grad. Hier für uns klappt das mit diesem Zeitprogramm und diesen Werten ganz gut. Wir sind zwei erwachsen und ein Kleinkind. Aber das muss natürlich jeder auch ein bisschen auf seine eigene Lebenssituation anpassen. Also sprich, ich muss mit den Parametern arbeiten. Wie warm soll das Wasser gehalten werden und wie lange soll es halt eben auf dieser Temperatur bleiben. Und das ist natürlich super individuell, abhängig von der Anzahl der Personen im Haushalt. Wie oft wird geduscht? Wie warm wird geduscht? Dusche ich morgens? Dusche ich eher abends? Da gibt es unterschiedlichste Szenarien. In einem Kommentar habe ich hier die Tochter im fönfähigen Alter gefunden. Die duscht vielleicht das ein oder andere Mal häufiger. Im Vergleich dazu, den Kommentar habe ich jetzt nicht wiedergefunden, aber da schrieb mir einer mal, dass er nicht mal einsieht, seine Wohnung zu heizen, weil die Energie eh durchs Mauerwerk wieder rausgeht und deshalb lässt das lieber direkt kalt. Also ganz individuell, wie jeder das möchte. Wenn ihr dann da eine Einstellung gefunden habt, die für euch passt, ist die natürlich auch nicht in Stein gemeißelt. Und wenn ihr mal vielleicht eine Abweichung habt, zum Beispiel, weil ihr vielleicht jetzt doch mal mittags duschen müsst oder weil ihr vielleicht Besuch habt und sich dadurch die Personenanzahl ändert, dann gibt es zum Beispiel an der Wärmepumpe noch das Programm Einmal warm Wasser. Das heißt, völlig außer der Reihe wird das Wasser einfach im Pufferspeicher hochgeheizt und fertig. Allein durch diese beiden Punkte, also den Pufferspeicher in Kombination mit dem Zeitprogramm in der Mittagszeit, habe ich also meinen PV-Eigenstromanteil deutlich erhöht. Ich zeige euch einfach mal eine PV-Kurve hier von einem typischen Tag im Frühling und da sieht man auf den allerersten Blick, dass man da wirklich eine ganze Menge an Strom, an eigener Energie nutzen kann. An dem Tag hier hatte ich jetzt wirklich einen Eigenenergieanteil von 52%. Und das ist ein krasser Wert, das war jetzt irgendwann im März und der zeigt auf jeden Fall, dass es auch in der Übergangszeit schon richtig gut funktioniert. Und noch einen großen Vorteil hat diese Verschiebung in die Mittagszeit, nämlich der COP, also der Wirkungsgrad der Wärmepumpe, ist mittags natürlich viel besser als morgens oder abends, weil mittags die Außentemperatur höher ist. Ich vergleiche das jetzt mal hier. Ich habe jetzt hier zwei Kurven. Einmal die aufgenommene Energiemenge, also der Energiebedarf und die erzeugte Energiemenge für Warmwasser. Wir haben hier eine Aufheizung von 36,5 auf 45,7 Grad, also 9,2 Grad Kelvin. Hier seht ihr diesen Aufheizungsbereich. Das geht also hier um 12 Uhr los. Das sind 25,1 Kilowattstunden, also ist ein Absolutzähler. Der geht dann hoch hier bis auf 23,79 Kilowattstunden. Das heißt, ich habe hier 1,31 Kilowattstunden Strom benötigt. Und hier unten ist jetzt die erzeugte Wärmemenge. Geht also hier bei 914 Kilowattstunden los, hoch auf 919. Das heißt, wir haben also hier 5 Kilowattstunden Wärme erzeugt. Okay, klar, hier fehlen jetzt sicherlich die Nachkommastellen und ich weiß auch, dass man über Wärmemengenzähler und deren Genauigkeit diskutieren kann. Aber unter der Prämisse, dass diese Zahlen also irgendwie stimmen, haben wir jetzt hier 5,0 geteilt durch 1,31, ist also ein COP von 3,8. So, ich wollte das jetzt wirklich mal ausprobieren und habe deshalb jetzt einfach mal das Zeitprogramm testweise in die Morgenstunden verschoben, um mal wirklich zu gucken, wie sich da die Situation ändert. Da hatte ich eine Temperaturanhebung von 35,1 Grad auf 45,5. Die Temperatur ist also um 10,4 Grad Kelvin hochgegangen, also annähernd vergleichbar. Und da habe ich das dann mal wirklich hier tief in der Nacht laufen lassen. Zwischen 3 und 4 Uhr passierte da hier die Warmwasserbereitung. Das ging also hier in dem Bereich los. Mein Zähler war bei 50,59. Hier oben bei 52,31. Also sprich, ich habe 1,77 Kilowattstunden Strom benötigt und habe auch hier, die Grafik seht ihr hier im Hintergrund, auch hier wieder 5 Kilowattstunden Wärme erzeugt. Und wenn ich jetzt auch da 5,0 durch 1,77 teile, habe ich ein COP von 2,8. Bei einer Außentemperatur zwischen 1,3 und 0,9 Grad. Also da sieht man wirklich einen sehr deutlichen Unterschied im Wirkungsgrad, den diese Heizprogrammverschiebung hier bringt. So viel dazu, aber da geht noch eine ganze Menge mehr. Denn ich habe euch einen zweiten Teil dieses ganzen Systems noch nicht gezeigt. Und zwar eine zusätzliche Steuerungskomponente. Das ist dieses Kästchen hier oben. Damit kann ich halt eben steuern, dass immer dann, wenn ich besonders viel überschüssigen PV-Strom habe, zusätzliche Wärmeenergie erzeugt werden soll. Der Wechselrichter von der PV-Anlage muss halt eben Bescheid geben, wenn ein überschüssiger PV-Strom da ist. Und die Wärmepumpe muss dann eben hergehen und diese Überproduktion starten. Muss also die Warmwasser-Sollwertvorgabe ignorieren und muss auch die Heizkurve ignorieren und zusätzliche Energie erzeugen und die eben im Pufferspeicher speichern. Der Startschuss für diese Funktion kommt also hier vom Wechselrichter. Das geht dann hier oben über diese Funkantenne. Das geht über das SIGBI-Protokoll. Ihr kennt das vielleicht von Philips Hue Lampen. Und dann eben hier in dieser Box empfangen. Bei SolarEdge ist das eine Zusatzfunktion, die nennt sich Smart Energy. Das ist also eine Nachrüstgeschichte. Die hat mein Solarfachbetrieb dann hier entsprechend eingebaut, als wir eben die Wärmepumpe bekommen haben. Das Ding wurde angeschlossen, wurde angelernt und das war es dann an der Stelle. Ja, was genau macht die Kiste da oben jetzt? Da ist im Endeffekt einfach nur ein Schaltkontakt drin. Der wird also eben vom Wechselrichter ausgelöst und diese Schaltausgänge sind an der Wärmepumpe auf zwei Klemmen aufgelegt, wo dann eben dieses Schaltsignal reingegeben wird. Und dann weiß die Wärmepumpe, jo, jetzt ist wohl überschüssiger Strom da. Ich starte jetzt mal die Überproduktion. Die Schaltschwelle, wann dieser Kontakt schalten soll, kann ich jetzt hier am Wechselrichter einschalten. Das geht über die App. Da gehe ich im Endeffekt einfach in die Settings rein und habe dann hier meine Einstellung, wo ich jetzt zum einen die Nennleistung des Gerätes eingebe, also sprich dieser Energiewert oder diese Leistung muss mindestens im Überschuss vorhanden sein. Ich habe jetzt hier 3000 Watt eingegeben, das ist ein Erfahrungswert jetzt hier und habe eine Mindesteinschaltdauer eingegeben. Für diese Dauer läuft also oder ist halt dieser Kontakt erstmal mindestens geschaltet. Ja, und dann muss natürlich die Heizung wissen, was sie machen soll. Das wird über eine ganze Reihe an Parametern eingestellt. Im WP25 wird jetzt erstmal grundsätzlich diese Funktion aktiviert, indem das eben auf PV eingestellt wird. Der WP26 sagt, um wie viel Grad das Heizungswasser und der WP27 sagt, um wie viel Grad das Warmwasser zusätzlich aufgeheizt werden soll. Hierbei wird übrigens auch die Sommer- und Winterumschaltung berücksichtigt. Das heißt also, wenn die mittlere Außentemperatur so hoch ist, dass die Heizung eben auf Sommerbetrieb steht, dann wird das Heizungswasser nicht mit aufgewärmt, sondern nur die Warmwasseranhebung funktioniert. Wenn die mittlere Außentemperatur eben niedriger ist, dann steht sie ja im Winterbetrieb. Dann wird also immer zuerst das Warmwasser aufgeheizt und dann das Heizungswasser. Und dann gibt es eben noch den WP28. Mit dem stellt ihr ein, wie diese Temperaturanhebung zustande kommen soll. Also wird das über die Wärmepumpe gemacht, wird das über den Elektroheizstab gemacht oder durch beide in Kombination. Der Hintergrund hier unter anderem ist, dass man auf diese Weise Betriebsstunden der Wärmepumpe sparen könnte. Das hat Thomas Kahn ja in einem Kommentar so ähnlich geschrieben. Er fragte, ob man das Wasser nicht mit einem zusätzlichen Heizstab erzeugen könnte. Gut, hier ist der Heizstab jetzt integriert, aber das Prinzip ist ja dasselbe. Da könnte man jetzt auf diese Weise eben hergehen und sagen, benutze nur die Elektroheizung. Dadurch bleiben halt eben Verdichter und Kompressor in der Außeneinheit ausgeschaltet. Und ja, wie gesagt, ich spare mir Betriebsstunden. Diese Variante habe ich jetzt hier noch nicht ausprobiert, denn das Ganze, was ich jetzt hier habe, ist halt nicht regelbar. Der Elektroheizstab wäre ja erstmal regelbar, könnte also eine einstellbare Leistung abhängig vom PV-Überschuss ziehen. Aber mein Schaltkontakt, den ich jetzt hier habe, der schaltet ja, haben wir ja gerade gesehen, fest bei diesen 3000 Watt. Das heißt, das ist also jetzt kein variabler Überschussschalter. Ja, und damit sind wir bei dem zentralen Kritikpunkt, den ich an dieser Geschichte habe, nämlich eben der Frage, wie smart ist diese Steuerung jetzt hier? Wir haben zwei unabhängige Systeme voneinander. Der Wechselrichter sagt bei 3000 Watt, ja, ich habe jetzt hier gerade ein bisschen Strom über, hisst die Fahne. Der Wechselrichter sieht die Fahne und sagt, ja, ich mache mal 10 Grad warm Wasser mehr. Ist das eine smarte Funktion? Ich finde nicht. Ich würde sogar ehrlicherweise so weit gehen, zu sagen, dass das ziemliche Steinzeit ist, was die Kommunikation von Geräten untereinander betrifft. Also sprich, was ist jetzt, wenn der Wechselrichter sagt, hör mal, ich habe jetzt nur 2000 Watt über. Dann wäre es doch genial, wenn die Wärmepumpe sagen würde, ja, dann mache ich mal nur 7 Grad wärmer, anstatt eben 10. Auch diese Mindestlaufzeit, die ich da einstellen kann, ist so eine Sache. Klar, hier geht es darum, eben die Fluktuation von der völlig unregelmäßigen PV-Energie auszugleichen, weil wenn jetzt schlagartig die Sonnenenergie weggeht, dann läuft die Wärmepumpe für diese Mindestlaufzeit weiter, in diesem erhöhten Modus, und zieht dann halt natürlich Netzstrom. Klar, könnte ich jetzt die Zeit auch niedriger einstellen, aber dann habe ich natürlich die Situation, dass dieser Kontakt immer wieder kommt und geht, und ich möchte natürlich auf keinen Fall erreichen, dass ich hier eine Taktung bekomme. Ich glaube, da ist noch ganz viel Luft nach oben, da wird es total viele Möglichkeiten geben. Zum Beispiel könnte der Wechselrichter auch einfach analysieren, wie ist denn die PV-Produktion heute? Ist die konstant? Also habe ich richtig diese schöne Glockenkurve, oder habe ich total viele Schwankungen? Und dann zum Beispiel sagen wir mal, das schwankt heute so, ich schalte mal lieber hier keine zusätzliche Überschussproduktion an der Wärmepumpe frei. Oder es gibt ja auch Wettervorhersagen oder auch Rechenmodelle für eine PV-Prognose. Also sprich, es könnte jetzt die Wärmepumpe oder der Wechselrichter, wäre jetzt egal, einfach hergehen und berechnen, was erwarte ich denn heute für eine Überschussproduktion und davon abhängig eben entscheiden, ob dieser Modus gestartet werden soll oder eben nicht. So ganz klar, das ist keine einfache Geschichte für den Hersteller. Es gibt zig Hersteller von Wärmepumpen, es gibt zig Hersteller von Wechselrichtern und das ist ein internationaler Markt. Und hier gibt es einfach keinen einheitlichen Standard, auf den die Hersteller zugreifen können, was die Kommunikation der Geräte miteinander betrifft. Aber trotzdem würde es da Möglichkeiten geben, denke ich. Zum Beispiel könnte die Wärmepumpe einfach hergehen und selber den Stromfluss messen. Also sprich, im Netzanschluss gucken, in welche Richtung fließt gerade wie viel Strom und abhängig davon das Ganze entscheiden. Vielleicht braucht es auch einfach eine übergeordnete Steuermöglichkeit. Ich schiele da so ein ganz kleines bisschen in Richtung Home Assistant, also sprich irgendjemand, der sehr genau den Wechselrichter auswerten kann und der sehr genau die Wärmepumpe auswerten kann, die Parameter lesen kann und dann halt natürlich auch schreibend darauf zugreifen kann, um dann halt eben Sollwerte zu verstellen. Da ist einfach steuerungstechnisch noch sehr viel Luft nach oben und auch der Smart Home Markt fängt ja gerade erst an, über das Dimmen von Lampen ein bisschen hinaus zu gehen. Ich habe auch mal Firma Wolf um ein Statement zu der Sache gebeten und eigentlich bestätigen die genau, was mein Eindruck gewesen ist. Leider gibt es nur wenige bzw. keine Standards am Markt, welche ein einheitliches und sinnvolles Energiemanagement zulassen. Jetzt ist es ja sogar so, dass es da sogar einen Standard gibt. Das ist dieses Label SG Ready. Das klingt ja auch erstmal gut, Smart Grid Ready, aber im Endeffekt ist das genau das, was wir uns jetzt hier schon angeschaut haben, also dieser potenzialfreie Schaltkontakt für eine statische Sollwertanhebung. Mehr ist das hier nicht. Trotz allem möchte ich euch jetzt auch hierzu mal ein paar Erfahrungen und praktische Ergebnisse von uns zeigen, denn obwohl wir jetzt hier ziemlich in der Steinzeit unterwegs sind, ist es jetzt nicht so, dass es gar nicht klappen würde. Ganz im Gegenteil, für die Warmwasserproduktion ist das schon ein ziemlicher Gewinn. Und dazu zeige ich euch wieder die Temperaturkurve hier von unserem Pufferspeicher. Hier haben wir wieder 12 Uhr, da kam die reguläre Aufheizperiode. Hier oben sieht man das an den Balken, das ist hier dieser türkise Bereich. Der hat bis 45 Grad aufgeheizt, das war hier. Und direkt danach war halt entsprechend PV-Überschussenergie vorhanden. Klar, mittags um 12 ist natürlich dann die PV-Energie am größten. Und das wird halt hier gekennzeichnet durch diese drei orangenen Balken, Das ist eben die Zeitperiode, in der dieser Schaltkontakt aktiv war. Er hat dann eben den Sollwert um 10 Grad angehoben und ist dann hier von den 45 Grad noch mal hochgegangen auf knapp über 55 Grad Celsius. Das reichte dann jetzt von der Temperatur her hier bis zum nächsten Morgen. Dann wurde einmal ordentlich geduscht und die Temperatur fiel hier ab auf 44,8 und blieb dann hier so in dem Bereich bis mittags. Natürlich im Rahmen der normalen Verluste, wie wir sie jetzt vorher schon gesehen haben. Hier gab es jetzt vielleicht noch abends mal, weiß ich nicht, Hände waschen, Kind ein bisschen waschen, so nach dem Motto. Aber jetzt kein großartiges Baden oder Duschen, sodass das warm Wasser dann jetzt hier wirklich bis zum nächsten Morgen gereicht hat und hier noch eine Temperatur von 41 Grad an der Stelle hatte. Hier sieht man, wurde dann zweimal geduscht. Hier also der erste Abfall, kurz danach der zweite Abfall und hier war dann die Temperatur natürlich schon entsprechend niedrig auf 35,8 Grad. Aber dann kam halt schon wieder hier um 12 die reguläre Aufheizung entsprechend dem normalen Heizprogramm wieder bis hoch knapp über 45 Grad. Durch diesen Stromüberschuss der PV-Anlage konnten wir jetzt hier das Warmwasser so aufheizen, dass wir für zwei Tage genug Warmwasser hatten, konnten davon dreimal Duschen plus normale Warmwasserentnahmen zum normalen Waschen und Co. Und das ist auf jeden Fall schon mal eigentlich eine ganz coole Sache. Ja, war denn jetzt diese Warmwasseraufheizung in diesem Zeitraum wirklich komplett kostenlos? Kam das komplett aus PV-Überschussstrom? Dazu schauen wir uns mal diesen Aufheizzeitraum genauer an. Ich zeige euch dazu wieder ein paar Kurven aus meiner Wärmepumpe und dem Wechselrichter, die ich übereinander lege. Und zwar haben wir jetzt hier genau diesen Zeitraum, in dem eben dieser SG-Ready-Kontakt geschaltet war. Hier unten ist die Temperatur im Pufferspeicher und hier oben haben wir in Violett die Solarenergie und in Blau den Netzbezug aus dem normalen Stromnetz. Und hier sieht man gerade hier in diesem ersten Bereich, dass das schon eine ziemliche Fluktuation ist. Also sprich hier zum Beispiel die Solarenergie geht runter und diesen Teil muss halt dann einfach das Netz kompensieren und wir haben hier eine kleine Beule. Hier ist dann jetzt zum Beispiel ein Zeitraum, das ist jetzt wirklich komplett PV-Strom. Also hier habe ich eine konstante Solarenergie. Das ist hier teilweise über 4000 Watt. Da ist halt null Netzbezug nötig. Die Energie oder die Temperatur steigt hier konstant an. Also das hier ist jetzt erstmal wirklich ein guter Zeitraum. Aber auch hier sehen wir, dass dann hier die Solarenergie plötzlich einbricht. Also sprich da kommt dann definitiv eine Wolke davor und das geht sogar so weit, dass hier dieser SG-Ready-Kontakt eben abfällt und dann diese PV-Überschussproduktion stoppt. Das ist dann also ungefähr diese Zeitachse hier. Die Warmwassertemperatur bleibt konstant und irgendwann verschwindet halt diese Wolke wieder. Wir sehen, dass halt hier die Solarenergie schlagartig hoch geht. Der fängt bei 4 kW wieder an und bleibt halt über den ganzen Zeitraum hier relativ konstant. Die Wärmepumpe wartet also noch einen kleinen Moment, bevor sie den Schaltkontakt wieder freigibt, merkt aber dann, okay, jetzt ist eben die Überschussenergie da, der Kontakt wird geschaltet, die Warmwasserbereitung geht wieder an, die Temperatur steigt und ich kann also in dem Bereich hier das Ganze komplett aus Solarenergie decken. Ganz konkret in Zahlen gesagt, waren das für den Zeitraum 10,61 kWh an elektrischer Energie, die eben nötig waren. Davon waren 4,28 kWh aus der PV-Anlage. Sprich, ich habe 6,33 kWh, also deutlich über die Hälfte aus dem Netz zu kaufen müssen. So und bevor ihr jetzt denkt, das lohnt sich ja also doch überhaupt nicht, muss man da jetzt wirklich klar zu Bedenken geben, wir sind hier im Bereich Ende März unterwegs. Also ganz klar die Übergangszeit, wo ich mir einfach wünschen würde, dass Wechselrichter und Wärmepumpe einfach besser kommunizieren würden. Denn sobald das Wetter ein bisschen konstanter ist, sieht die Welt halt gleich schon komplett anders aus. Die Kurve hier ist jetzt vom 3. April, also wirklich nur ein paar Tage später entstanden. Und hier sieht man schon, dass wir wirklich eine komplett durchgängige PV-Stromerzeugung haben. Das ist jetzt hier kein Bereich, in dem der Schaltkontakt geschaltet hätte, sondern ist das normale Warmwasserzeitprogramm. Die PV-Anlage erzeugt durchgängig irgendwie zwischen 3,5 und 4 kW. Die Warmwassertemperatur wird hier von 36 Grad ungefähr angehoben. Auf 46 Grad ist also die ganz normale Temperaturanhebung um 10 Grad hier mittags. Und ich sehe also, dass die Wärmepumpe hier hoch moduliert. Sie fängt halt hier knapp unter 1 kW an, moduliert dann hoch und tut sich hier in der Spitze schon mal so ihre 2,9 Kilowatt rein. Und der Netzbezug hier, das ist die lila Linie da unten, die ist durchgängig bei 0. Also sprich, das ist jetzt wirklich eine Warmwasserbereitung, die komplett kostenlos aus PV-Strom hier erzeugt worden ist. Mir ist das einfach total wichtig, euch eben diese beiden Szenarien zu zeigen. Klar, ich könnte mich auch hier hinsetzen und sagen, wie geil meine Anlage ist und dass ich die beste Wärmepumpe von allen hier habe. Aber ich möchte euch ganz klar die Grenzen dieses Systems aufzeigen, gerade um dieser ganzen Diskussion, PV und Wärmepumpe ein paar Fakten mitzugeben, weil das Ganze einfach super emotional diskutiert wird auch im Moment. Klar mache ich mich dadurch jetzt angreifbar für alle, die in den Kommentaren irgendwie rumpöbeln wollen. Und das ist ehrlich gesagt ziemlich übel geworden, seit Wärmepumpen so ein krass politisches Thema auch geworden sind. Aber mir ist es einfach wichtig, für alle, die sich ehrlich mit dieser Technik auseinandersetzen wollen und das Ganze für sich abwägen wollen. So, was wir uns jetzt noch gar nicht angeschaut haben, ist eben die PV-Anhebung für den Heizungsbetrieb. In den Parametern ist ja eingestellt, dass zuerst das Warmwasser um 10 Grad angehoben werden soll und dann eben das Heizungswasser um bis zu 20 Grad. Der große Unterschied und auch das Problem, sehen wir gleich noch, ist ja halt, dass das Warmwasser erzeugt und dann gespeichert und irgendwann benutzt wird. Beim Heizungswasser ist es aber so, dass es ja quasi erzeugt wird und kontinuierlich benutzt wird, also wenn jetzt im Übergangszeitraum eben die Heizung läuft. Und dazu gucken wir uns jetzt mal hier im Detail diesen 27.03. nochmal an. Den hatten wir ja auch gerade schon gesehen. Und nachdem das Warmwasser seine Zieltemperatur von 55 Grad mit der PV-Anhebung erreicht hat, ging es halt so weit, dass er umgeschaltet hat und das Heizungswasser aufgeheizt hat. Das war also im Sollbereich hier um die 35 Grad und er hat es halt wirklich geschafft, das hier um diese eingestellten 20 Grad auch noch aufzuheizen, sodass wir jetzt hier von diesen 35 Grad hochgehen bis auf diese 55 Grad hier. So, und was passiert denn dann? Also ich könnte jetzt ja sagen, super, ich habe jetzt hier irgendwie 15.30 Uhr, ich habe 55 Grad heißes Heizungswasser im Pufferspeicher und das ist ja jetzt erstmal super, weil aus PV Energie erzeugt. So, aber wie gesagt, der Mischerkreis läuft halt weiterhin. Ja, das ist hier oben diese zweite Linie, der ist also hier im Blau, also sprich im Heizbetrieb und ja, was macht der? Der bezieht also kontinuierlich eben Energie aus dem Heizungspuffer und dadurch fällt halt die Temperatur hier im Laufe der Stunden wieder ab bis auf diese untere Grenze hier unter 35 Grad. Mein Verdichter ist schön hier bei Null, weil ich bin ja hier mit der Temperatur noch deutlich über dem Soll, also sprich, der hat überhaupt keinen Grund anzuspringen, gönnt sich also hier eine schöne Pause, aber hier im Bereich 17.30 Uhr ungefähr springt er wieder an. Das heißt, hier ist dann der Heizungspuffer schön leer gelutscht, da ist nicht mehr viel drin, der Verdichter springt wieder an, geht hier sogar auf 100 Prozent, um halt eben wieder die Temperatur anzuheben und ja, gleicht das dann hier entsprechend aus. Die Solltemperatur geht hier wieder hoch auf diese 35 Grad. Schön und gut soweit, aber das Problem ist ja, wir haben jetzt hier 17.30 Uhr ungefähr. Ich habe hier zu der Zeit immer noch ein bisschen PV-Energie, aber man merkt schon, wenn man es jetzt mal mit hier den Mittagsstunden vergleicht, es wird deutlich weniger. Aber eigentlich ist es total blöd, weil hier über diesen ganzen Nachmittagszeitraum, wo die Temperatur im Pufferspeicher noch entsprechend hoch war, ist der Verdichter ausgewiesen und ich habe hier ein Riesenzeitfenster, in dem ich im Endeffekt meine PV-Energie überhaupt nicht nutzen konnte und die ins Netz eingespeist habe. Also sprich, eigentlich habe ich das Problem, dass ich durch die PV-Vorrangschaltung meinen Sollwert so verändere, dass anschließend der Verdichter in so eine kleine Ruhepause geht und ich die vorproduzierte PV-Energie eigentlich schon zu einem Zeitpunkt nutze, wo ich es noch gar nicht müsste. Ist jetzt grundsätzlich auch nicht verkehrt. Klar, über den Nachmittag habe ich mir jetzt hier den ein oder anderen Takt vom Verdichter gespart und natürlich auch Betriebsstunden, aber ich würde mir einfach mehr wünschen. Es wäre total gut, wenn die Wärmepumpe sozusagen die PV-Kurve genau nachfahren würde. Die Wärmepumpe müsste dann halt einfach gucken, aus dem Überschuss, der gerade zur Verfügung steht, kann ich wie viel Grad zusätzliche Energie einspeichern. Klar, das wird nie aufs Watt genau gehen, da wird es immer Überlappungen geben, aber Ziel wäre halt einfach, erst die Energie dann aus dem Pufferspeicher zu ziehen, wenn gar kein PV-Überschuss mehr da wäre. So und abschließend jetzt noch mal ganz kurz was zu diesem Thema PV-Energie im Winter und eben dem Energiebedarf über das ganze Jahr gesehen. Völlig klar ist halt, dass das über das ganze Jahr betrachtet ganz unterschiedlich aussieht. In meinem letzten Video, in dem ich euch unser Resümee nach drei Monaten Wärmepumpe gezeigt habe, habe ich den 16.12. als schlechtesten Tag hier unserer Betriebsperiode aufgezeigt. Da habe ich 40 Kilowattstunden allein an dem Tag für die Wärmepumpe benötigt, 50,4 Kilowattstunden für meinen Haushalt insgesamt und meine PV-Anlage hat da lächerliche 0,819 Kilowattstunden zu beigetragen. Das ist natürlich katastrophal, keine Frage, aber es sind Extremtage, von denen es halt auch einfach nicht so viele im Jahr gibt. Wenn man den schlechtesten Tag betrachtet, muss man auch den besten Tag betrachten. Ich kann euch jetzt zumindest mal hier den 27.03. als guten Tag zeigen. Da hat meine Wärmepumpe 27 Kilowattstunden benötigt, 37,3 Kilowattstunden der Haushalt insgesamt und meine Aufteilung war da 15,8 Kilowattstunden aus PV und 21,5 aus dem Netz, also sprich einem Eigenanteil von immerhin 42% und das finde ich für Ende März schon wirklich in Ordnung. Ich hatte hier ein Temperaturmittel von 3,6 Grad im letzten Tagesviertel, also definitiv in der Zeit, wo man noch die Heizung laufen lassen will. Es hilft also alles nichts, wir müssen die gesamte Jahresbilanz betrachten, um halt eben zu schauen, funktioniert das effizient oder nicht. Ich werde nach unserem ersten Jahr mit der Wärmepumpe hier eine Jahresgesamtbilanz präsentieren und da gucken wir uns auch nicht mehr die einzelnen Tage an, sondern gucken uns das ganz wirklich monatsweise an. Da können wir uns Monatsarbeitszahlen anschauen, da können wir uns PV-Eigenanteil anschauen und auch mal auf die CO2-Produktion eingehen. Lasst mir also gerne ein Abo da, wenn ihr das Video nicht verpassen wollt und auch bis dahin habe ich bestimmt noch das ein oder andere spannende weitere Thema für euch. Okay, wie ist denn jetzt das Gesamtfazit? Maximale Autarkie oder PV ist auch keine Hilfe? Ganz klares Statement auch von mir, auch mit einer PV-Anlage, egal in welcher Größe, seid ihr immer auf Netzstrom angewiesen und ihr werdet nie zu 100% euren Wärmebedarf aus eurer eigenen PV-Anlage decken. Das gilt auf jeden Fall für den Winter, aber auch für die Übergangs- und Sommerzeiten, in dem eben halt die Fluktuationen der regenerativen Energien ausgeglichen werden müssen. Und auch ein PV-Stromspeicher wird das Problem sicherlich nicht komplett lösen können. Der kann vielleicht die ein oder andere Schwankung ausgleichen, aber im Winter ist der auch keine Hilfe. Hier muss man einfach sehr vorsichtig sein, was die Versprechen der Wärmepumpenhersteller und erst recht die der Solaristen betrifft und das Ganze wirklich genau lesen. Aber trotzdem leistet eure PV-Anlage einen erheblichen Anteil zum effizienten Betrieb eurer Wärmepumpe. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass in einem Altbau oder in einem teilsanierten Bestandsbau, wo ihr vielleicht auch mit Heizkörpern arbeitet, wie wir das hier tun, der Betrieb von der Wärmepumpe nicht effizient möglich ist, wenn ihr keine PV-Anlage habt. Ich werde an dem Thema dranbleiben und ich habe auch den Funken von einer Idee, wie man bei der Steuerung vielleicht eine eigene Lösung schaffen kann, um das Ganze deutlich intelligenter hinzubekommen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr vielleicht bei euch eine andere technische Lösung gefunden habt, wie ihr Wechselrichter und Wärmepumpe besser miteinander kommunizieren lassen könnt. Und hier hätte ich noch eine Videoempfehlung für euch. Wir haben ganz viel über PV-Überschuss gesprochen und hier versuche ich eine Powerstation mit eben PV-Überschuss aufzuladen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin!